Zu STAY Reisende, Buddhas Allers Götter in der Heimat. Ich grüße euch von einem super geilen Ort. Ich mache jetzt mal eine, wie sagt man, Aufnahme, um viele zu beruhigen. Ich sage mal beruhigen, die Aufnahme mache ich am besten an einem Ort, wo man mich noch ein bisschen sieht. Ich stelle mal das Telefon. Ja, ich habe einen Job gefunden. Was heißt Job? Ich stacke. Ihr wisst ja, die Videos habt ihr wahrscheinlich angeschaut. Oh, Buddhas Allers Götter, du mich nicht. Schaut meine Videos und wissen, über mich etwas. Ich bin glücklich. Ich bin nicht sick. Ich bin ein bisschen schnau, ich habe nicht so viel zu essen. Ich habe nicht so viel Geld, um etwas zu essen. Ich bin ein Traveller und ich stacke. Nein, das ist normal. Arbeitsvisa. Workvisa. Nein, Workvisa. Jetzt habe ich ein Ort, wo ich arbeiten kann. Ich kann auf der Firma bleiben und schlafen. Ich kann hier kochen und jetzt gehe ich etwas kaufen und holen. Das ist jemand für eine Veränderung. Ich gebe einen langen Drei. Ja. Also, energetische Manipulation. Was ist Energie? Energetische Manipulation. Manipulation, in Englisch ist es, Energie Manipulation. Manipulatung. Manipulatung? Vielleicht. Ja. Super Goal, Damen und Herren. Mhm. Heute ist ein guter Tag. Ich habe etwas gelernt. Ich habe ein Buch gelesen. Es ist ein Zünder. Ich habe zwei Tage gearbeitet, drei Tage bevor ich gearbeitet habe. Und jetzt, um, ich gehe und mache meine, meine Sachen. Und, in diesem Video, ich mache, um, meinen neuen Look. Ich habe meine Haare über, um, kleine Tiere und kleine Böden. So, stehe. Wow. Nice color. Nice color. zu viel plapa 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 too much bla 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 yeah about small buddhas who same dogs after this you started to make this but on your head and yes after cutting many mosquitoes bite me on my skin and i make and after this i say me okay um the red points the buddhas allah's gods who i meet on the street don't must see this and make this um society many 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 years i don't have a base cap this base cap is not for me from one from the workplace i borrow me and i take for this moment and now i go pick up this pick up this whatever i feel what i will say i feel me good i make every day my sport exercise meditation every day 24 7 surprise surprise i'm back in the street cambodja yeah i i don't care about corona i don't know what is corona i'm the light worker i breathe darkest energies in this world in my body and take this hello and take inside my light cage um yes i do my job light worker job yes i am i am happy i can see something go a little bit outside and tomorrow in the morning 8 o'clock i started to work yeah about my work i make windows with plastic plastic windows for flat same this with plastic you know plastic so it's a beautiful time it's a beautiful time yes and to the german guys i say in german language i say in german language für die deutschen in deutschland die mich kennen auch die wie sagt man agentur für arbeit job center und auk und keine ahnung wem ja buddhas allas götter die dort arbeiten genauso wie die regierung also frau angela merkel sie haben besuch von könig aus thailand schöne grüße aus kambodscha es wird an der zeit dass man für seine sünden zahlt würde ich mal sagen wow die hunde reagieren sogar richtig energetisch drauf warum weil da kommt gleich so viel dunkelheit auf mich zu was ist energiefrau angela merkel und der könig von thailand er weiß was energie ist ihr wisst alle was energie ist ihr seid buddhas allas götter ich mach mal äh bäuschen weil ich hol jetzt meine wäsche so es geht weiter ich habe jetzt so ein päckchen wäsche abgeholt das t-shirt und die kurze hose was ich habe und dieses kleine päckchen wäsche das ist das was ich besitze ach und in meinem rucksack sind noch sechs bücher sieben bücher sieben bücher sind in meinem rucksack meine zwei bambusstöcke mein reisepass mein wie sagt man ja meine lernbücher was was da für bücher drin sind das ein buch da geht es um das leben und den tod meine süßen das tibetische tibetische tibetanische da sind schon wieder so viele holzkäfer in der leitung ja und ja diese bücher lese ich um anderen götter buddhas allahs die mit mir connected sind sag ich mal die augen zu öffnen und zu erinnern ich bin zur erinnerung wie ich gegangen bin so bin ich gekommen und wenn einer mit dem supergo geht der kommt auch mit dem supergo vor allem wenn er so eine alte seele hat meine süßen ja heilung und versöhnung denkt mal drüber nach was heißt ach ja ihr seid ja die drüber nachdenken wollte ich noch sagen der kopf ist nicht zum denken nur zum äh energie energien übersetzen möglicherweise sollte ich mir vielleicht irgendwas zur schmack mitnehmen weil ich sollte noch kochen ich sollte noch kochen ich habe drei eier gemüse für eine suppe ja ich bin stecken geblieben ich wollte nur kurz durchlaufen alles dunklen seelen und energien einsammeln zum bermuda dreieck vorbeigehen und die energien wie sagt man wie abgemacht mit dem ramha unseren herrn der da oben immer mit uns fühlt und sieht und versteht und ja den kann man nicht verarschen genauso wie den herrn da unten man sagt teufel zu ihm wir sind alle angeschlossen zu allen dämonen allen wesen allen Dimensionen hier der eine mehr oder weniger je nachdem wie viele kanäle man aufgemacht hat also kanal bezeichne ich mal einfach die leitung die uns ermöglicht den kontakt zum teufel aufzunehmen oder zum gott oder zum mama papa oder freunde schwester cousine und so weiter und so fort ja das wisst ihr ja schon ihr seid ja groß ihr seid ja studenten studierende sorry so und das mit dem dementen stockholm syndrom ja geiles thema naja das werde ich jetzt beim nächsten mal breit klopfen frieden liebe licht glück seligkeit freiheit und schutz für alle götter buddhas allas jazz für alle seelen auf mutter erde für alle kinder seid gesegnet ich liebe euch alle lieben heißt loslassen friede im herzen friede in der welt bis dann